Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, ja, Jokermeister, und wir spielen mal wieder Bagan's Controller, Leute. Und heute holen wir uns das letzte Teil der Maske, das rechte Teil, um genau zu sein. Und... Cool, cool. Finden wir's raus? Finden wir's raus, genau. Also, Leute, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, und ich hoffe, das Video wird euch gefallen, ich gebt mir Mühe, ich werde sowas von professionelles Gameplay zeigen. Also, den nächsten werde ich mal mit dem Takedown töten. Zack. Und dann nehme ich mal locker das Ding hier. Okay, den werde ich mal auch, glaube ich, mit... Nee, den werde ich halt mal so töten. Und dann nehme ich mal hier das geile Ding. Und... Ey, Scharfschütze, wo willst du hin? Das war knapp, der ist schnell. Guck mal, guck mal, der will rennen, tatsächlich. Kommt nur. Wo seid ihr denn? Ah, da hab ich dich. Da hab ich dich, Scharfschütze. Die laufen sofort weg, die sind gerissen. Ah, unten, 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 hab ich hier jemanden. Ich hab hier jemanden gesehen. Ah, da ist ja wieder... Oh, oh, oh. Aha, zwei Schuss, und das war's. Komm raus. Komm raus. Was ist mit den Hunden? Die kommt auch nicht raus. Ach, kommt, Leute, ihr verdiebt mit die Laune echt. Was ist denn los mit euch? Guck mal, hast du Schiss, Mädchen, oder was? Wie sie sich da versteckt? Hier hast du einen Schraubenzieher, oder ein Bleistift hinter dem Ohr. Vielleicht bist du ja eingeschränkt, oder sowas. Wo warst du denn vorhin, mein Freund? Man muss ja extra zu euch kommen. Ihr seid ja richtige Luschen. Und für sowas geben sie fünf solcher Linien, oder für den Schwierigkeitsgrad. Das Ding, mein Schatz, auch mal kaputt, genau. Ah, halt den Mund. Äh, was ist das denn? Was passiert mit den Häus? Was passiert da mit den Häus jetzt? Ah, halt den Mund, bitte. Und gib mir ein, die was drauf hat. Ah, ja, immer diese Flammen. Flammengeschäfte. Äh, geh weg. Ah, 30 Meter kann das Ding werfen, oder was? Komm, endlich, konzentrier dich. Komm, komm. Genau. Und das war's. So. Spritze. Okay, weiter. Ich nehme die coolste Pistole der Welt. Zack, zack, zack. Äh, nee, nee, ich bleib bei der coolsten Pistole der Welt. Ich nehm mir die Ignition. Genau. Zack. Bamm, 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 bamm. Also, woher kommen wieder diese Flammenwerfer jetzt? Diese Flammen. Ist jemand... Okay, 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 okay. Hey, das waren Scharfschütze. Ich glaub, das waren Scharfschütze. Ah, nee, von diesem Haus kommen diese Flammen. Oh, Gott. Komm, ändert meine Kontrolle. Also, wirklich, musstest du ihn diesen Moment laden, oder was? Genau, macht ihn fertig. Guck mal, guck mal, der Scharfschütze. Der weiß nicht, wo er hin soll. Als ich ihn gesehen hab, hat er sich bestimmt in die Hose gemacht. Ich hab doch jetzt alle getötet. Was denn hier? Anzünden. Okay. Äh, soll ich das alle so anzünden? Töte, Mohan. Wo ist er? Jetzt, wenn ich sterbe, wird mein Sohn ein Werk vollendet. Ah, da bist du, ha? Was war das denn? Hat mich erschreckt. So, wo sind die Granaten? Da hast du Mohan. Hier. Und da. Oh, shit. Direktion. Gut. Ich, das war's mit dem. Das war's wohl mit dem. Ich hab ihn so leicht fertig gemacht, echt. Mit diesen Granaten. Ich liebe diese Granaten. Äh, und wo sind die Maskenteile jetzt? Wo sind die Maskenteile jetzt, Mann? Da oben. Ich weiß nur nicht, warum sich das nicht so vorzeigt. Erst nach 10 Sekunden oder so, aber okay. So, das war dann das letzte Maskenteile. Und so nähern wir uns dem eigentlichen Schluss. Okay. Erschüttert durch den Verlust seiner Familie, stürzt sie sich, König Padang, in die Schlachtel. Das braucht mehr. Pathos. Der König würde nie erlauben, dass die Terroristen ihm noch ein Kind nennen. Nein! Und so opferte er sein Leben. Nicht nur, um seinen Adoptivsohn zu schützen, sondern um ganz Pyrat zu retten. Nein! Verlass mich nicht! Verlass mich nicht! Liebe dieses Land, wie ich dich mutte. Und wie ich deine Mutter geliebt. Diese Geschichte erzählen wir den Leuten jetzt. Was für eine unerträgliche Scheiße. Also Leute, das war's dann. Wir haben die linke Maske auch. Den linken Maskenteil. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch was, euer Jokermeister.